Zur Grundausrüstung eines Unimog im Winterdienst gehören Schneepflüge. Einseitige Schneepflüge schieben den Schnee wahlweise nach rechts oder links. Hier räumt der Unimog U80 mit einem Schmidt-Meerscharf-Federpflug MF3 eine enge Straße in einer Kleinstadt. Das Pflugschild des MF3 besteht aus fünf federnd aufgehängten Pflugschar-Segmenten, die bei Bodenhindernissen, wie zum Beispiel Kanaldeckeln, nach oben ausweichen und über das Hindernis weggleiten. Die Räumbreite beträgt 2,60 Meter. Um die Straße sauber zu reinigen, kann man auf diesem Pflug mit dem doppelt wirkenden Hydraulikzylinder zusätzlichen Bodendruck geben.